Heute versuchen wir wieder den höchsten Rang in Fortnite zu erreichen, Unreal, aber in Zero Bits. Derzeit sind wir Champion und werden heute versuchen den letzten Rang zu erreichen, Unreal. Und deshalb lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da für mehr Rank. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Runde. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Road to Unreal in Zero Bits zusammen mit Fix. Was geht ab? Ich bin auch da, hallo. Und Leute, in der letzten Folge haben wir es geschafft von Elite 2 Champion zu werden und heute versuchen wir von, oh mein Gott, was ist das? Ein Sniper? Von Champion zu Unreal. Und hier kommen super, super viele mit. Habt ihr Snipe? Sehr geil. Oh mein Gott. Ich hab nur die Snipe, ne? Bro, ich hab mir No Scope. Und trifft. Der rennt raus. Ja, ich pop den Biggie. Du darfst nicht sterben jetzt ganz kurz. Ich heim mich gerade. Ich versuch's. Oh mein Gott. You hit one job! Der ist beim Heal jetzt. Komm zu dir. Wir können bei den Treppen easy race. Zieh durch, ich schau. Kommt nicht. Schießt Raketen. Wird aber nicht treffen. Der, der ist dann genockt. Mate holt der. Okay, wo? Hinterm Baum. Abgefinished. Shit on. Nice, good job. Holy shit. Die Gegner werden wirklich von Mal zu Mal immer besser. Wir haben jetzt nur noch Champion und Unreal Gegner. Das heißt, wir müssen diesmal smarter und mehr auf Kopf spielen. Also nicht Kopf im Sinne von dir abschießen, Kopf. Sondern Kopf im Sinne von smart. Mit Töpfchen spielen. Ja, das ist das Ziel. Ich würde gerne runtergehen für Shotgun eigentlich. Die oben kommen. Ah, ja. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Lass dich weg. Willst du durchziehen? Wir müssen halt ein bisschen auf Place and Drop gehen. Komm, hier links, ne? Oben. Ja, die wollen die... Ah, hier kommt ein Drop auch. Wir müssen ja eigentlich chillen. Oh, den Drop müssen wir holen, ja. Wir schießen vom Berg. Ich muss hier legit gleich wegfixen. Ich kann nicht nur... Ja, ich kann nicht nachkommen. Ja, nee, nee. Die dippen. Kriegen wir nicht. Einen Hit auf jeden Fall. 27. 100, 100. Wieder. Nochmal 100 oben. Keine Sniperkugel mehr. Ich hole Drop, okay? Okay, geh für. Die laufen zur Tanke. Okay, ich hole Autoschimmer. Auf Movement, ich lasse meine Sniper da. Ich habe eh keine Sniper. Okay, easy. Okay, fix. Sagst du, wie es ist? Ich brauche eine Shotgun. Ich habe immer noch keine Shotgun. Das ist doch nicht normal. Geh irgendwo rein. Wir brauchen Luft. Hier links können wir hier. Obwohl ich habe genug hier eigentlich. Aber da kommen Shotgun. Da kommen blaue Shotguns raus. Das ist geil. Dann nimm mal einen. Keine Shotgun. Keine Shotgun. Wieder nicht. Dafür Sniper. Ich habe keine Sniperkugeln bekommen. Ich habe Kugeln hier. Ich habe alle. Ey, ich habe noch nie so selbst eine richtige Shotgun gefunden. Die graue kann ich natürlich nicht mitnehmen. In meinem Haus. Ne, unter deinem Haus. Unter deinem Haus. Er läuft weg. Er läuft anders aus. 70, 100. Crack. Der andere auch 100. Digga, wir müssen eigentlich rein. Okay. 50 weit. Ich gehe rein. Ich bin. Das Schild. Oh mein Gott. Knock. Nice, gut. Oben ist Pizza. Hol die Pizza. Braucht doch nicht. Ich habe kein Leben verloren. Oh, ich habe Leben verloren. Ich habe eine normale Pump. Ist halt auch ein bisschen kacke. Ja, ich habe jetzt eine automatische bekommen. Wir sind wieder am Stase. Also, wir stehen in der Nidde. Wow. Gegenauf dem Dach. 2, 170. Nein. Fick, sorry. Ich habe nicht getroffen. Ich war mit dem Auto, glaube ich, weg. Ja, die dippt mit dem Auto. All right. Egal. Egal, egal. Brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht die Kids unbedingt. Hier ist nochmal ein Drop, ne? Wir müssen halt gleich richtig auf Placement spielen. Man sieht doch, 40 Leute sind am Leben. Das ist halt krass. Das ist halt echt heavy. Und Leute, by the way. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ihr könnt mich gerne supporten bei Support und Crater einfach nur Max-Fan geben. So wie es da gerade stimmt, das ist noch auf vierten Tagen ein Neuer Kuss an jeden, der mich support tut. Gönnt mal. Gib Crater. Ja, warte, das Ding ist gleich ein... Hast du gerade gesniped? Nö. Jemand anderes. Daniel Shotgun, bitte. Da hinten läuft einer. Immer noch keiner richtig. Ja, obendrauf wäre halt richtig strong, aber das ist halt super gefährlich, ne? Weil jeder Gegner, den wir sehen, ist halt cracked, ne? Wollen wir tryen? Im Auto. Oh, das ist wenig Benzin, aber wir kommen zum Rift. Das ist halt super risky, ne? Ist aber auch in der Zone, ne? Einer geht schon mal runter und dipt. Das kann sein, dass sie ihn verfolgen. Boah, kann sein, dass sie cracked sind oben. Steht direkt... Umdrauf, 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 umdrauf. Er nimmt einen. Zwei. Die fliegen weg. Oh mein Gott. So geil, ich snap den ein. Welchen? Den linken, den linken. 28. Wir können weiter einnehmen von denen. Die haben fast eingenommen. Es fängt neu an. Ich heule. Rift noch mal. Boah, ich krieg wieder, ich krieg wieder keine Dings. Digga, man kriegt halt nirgendwo irgendwie Shotgun. Lass aufs Auto versuchen irgendwo. Irgendwo ein Auto holen, oder? Okay. Hier ist ungefähr Next Zone. Ah, hier ist das kacke. Guck mal, da oben ist Next Zone. Lass da hochgehen. Ja, 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 da gehen wir hin. Mit Ziplein. Links, da laufen welche. Ziplein. Oh mein Gott. Oh, rechts, rechts, rechts. Oh, sieh ins Haus, hinter das Haus. Drüben ist auch was. 105. Also, wir können tryen rüber zu gehen. Nee, das ist voll risky. Wir sind noch nicht da oben. Komm rein ins Auto. Ja. Komm rein ins Auto. Er ist dran. Er fährt. Ich fahr nicht. Egal. Okay, danke. Er fährt uns. Korrekt, Bro. Reloaded kurz. Ist er ausgestiegen? Ja. Wollen wir Busch? Ja. Hier kann sein, dass jemand drin ist. Oben ist jemand. 105. Chicken. Wird abgeschossen. Von oben rechts. Von überall, ja. Wir sind wohl Next Zone. Wir müssen gleich move. Ich hab Schockback-Granaten. Ich ping. Und ich schmeiß Bunker dann da hin. Da müssen wir hoch. Ja, es leben noch 25 Leute, Leute. Ihr seht, wie cracked die Lobbys hier sind. Soll ich Ska noch mitnehmen? Nee, ich hab keinen Platz. Crack. Down. Noch einer. Hol ihn. Oh mein Gott. Hier, Bunker. Digga, es ist voll. Lass mich holen. Wir sind noch Sohn. Hätten meine Schock-Granaten. Ich hab drei. Ich hab sechs. Ich hab sechs. Ich muss nachladen. Hier, ich droppe die Dings schon mal. Ich kann die Move mit Digger von ihm nehmen. Ich geh auf ping. Nee, ich versuch. Mach, mach, mach. Festung. Let's go. Oh, ist, glaube ich, ganz knapp nicht in Zone. Okay, wollen wir in den Busch gehen? Von uns ist Busch, von uns ist Busch, rechts. Bro, what the fuck? Niemand? 115. Oh, genau über uns ist los. Ja, es sind so viele gerade, Digga. Hab einen Crack. Down. Bei dir, bei dir. Wo ist deine drin? Lass ohne, lass ohne, komm. Gehen wir unter dir? Hab meinen. Wo bist du? Ich hab einen guten Spotty gerade. Ich komm zu dir? Nein, nein, wir sind nicht. Ich bin nicht da und ich bin nicht da und. Ja, ich merk schon. Oh mein Gott, ich bin, ich bin, glaube ich, dead. Ah, nee, ich bin dead. Scheiße. Da bist du. Zwei Leute hier. Geh auf Placement. Hast du den Mad Kid? Ja. Ich glaube, das schaffe ich nicht, ne? Ja, du kannst halt versuchen, in die Zone zu laufen mit den Mad Kids. Du musst auf jeden Fall Richtung Zone laufen. Ich glaube, du könntest noch reinkommen. Ich werde nicht mehr in die Zone reinkommen. Ey, glaube ich auch. Ah, Alter. Ja, Platz vier. Platz vier nur. Wie sick sind die Nobis? Holy shit. What the fuck? Crazy. Geisteskrank. Bro, wir haben sieben Prozent nur bekommen. Ich gehe direkt für die Waffe. Okay, wir sind in der zweiten Runde fix. Full Focus direkt. Die gehen, glaube ich, fast alle für Underground. Das kann uns aber auch schnuppi sein dann eigentlich, wenn sie eh nicht kommen. Dann lasst uns direkt Shit und so holen, oder? Ja. Ja, was kriege ich denn? Rocket Launcher. Soll ich Gully gehen? Ich gehe Gully. Links. Hä? Oben. Hatchet sniped. Train Station. Der andere ist da. Geil Finish. Ja, geil Finish. Ich löcke. Ich reinimpulsen. Mach. Komm mit. Crack down. Sehr geil. Hoho, let's go. Sehr geil. Fix hast du schön gemacht. Ja, kein Problem. Weißt du? Hier, Sniper kurz mal. Zack, zack. Von der Seite raus. Fancy vielleicht versuchen, ein bisschen für die Eier zu gehen. Können wir tryen, ja. Jetzt mit Movement. Wir haben gerade die Krone gedroppt. Scheiße, diesen Crack-Digger, wenn die Droh... Droh... Dings. Auf dem blauen Dach. Oh, einer ist noch. Da links, da links. 110. Pusht der, pusht ihn. Ab ein Down. Da sind zwei, die rumlaufen, Bro. Das sind wieder zwei Teams. Die fighten jetzt. Hast du zwei gesehen? Ja, zwei neue. Pass auf, die sind super close. Ab ein Crack. Der ist super low. Shit, Digger. Ich bin irgendwie... Oh mein Gott, Hilfe. Bro, lass mich hier raus. Ab ein Nook. Boah, 65. Ich bin low, ich bin low. Vorsicht. Er ist über mir. On me. Nice one, let's go. Das könnte die Runde werden. Okay, let's go. Wir haben auf jeden Fall ein Medaillon, das ist geil. 5K. Es nehmen auch diesmal nicht so viele wie bei der ersten Runde. Die ersten Runde war krank. Let's go zu einem Auto. Da war nur kein Heal dabei, ne? Ich hatte zwei Biggies nur, Bro. Das ist ein bisschen wenig. Da drin. Wie fährst du? Oh mein Gott, du hast mich so gebaitet. Junge, hast du mich schon wieder gebaitet. Easy, Bro. Der ist ausgestiegen, oder? Der ist Solo, glaube ich, oder? Auf Heal gehen? Auf Heal, auf Heal, auf Heal. Wenn, auf Heal. Das ist Solo. Nein, das ist Solo. Das ist Solo. Ja. Ich gehe auf High Ground. Ich heil mich. Ja. Kriegst du, hast du weg? Nee. Hab einen 110. Komm zu dir. Die gehen ins Haus rein. Die sind im Haus. Können aufbauen. Unter dir. Ja. Und 26. 110. Oh, ich bin reingefallen. One-Shot. Beide One-Shot. Beide One-Shot. Komm rein. Oh mein Gott. Aber er hat schon Zeit passiert unter der Treppe. Er ist raus, er ist raus. Aber der ist zu One-Shot. Komm rein, komm rein. Jo, danke schön für die Donation. Nee, gerade nicht. Nee, 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 nee. Kein Mund zu. Ich musste, ich musste. Hast du Heal? Da ist noch ein Team. Ich dipp. Wir müssen weg, wir müssen weg. Lass dippen erst. Ich gehe unter die Brücke. Bin unter der Brücke. Hier, äh, Slap Truck ist auch noch da. Lass danach zum Slap Truck gehen. Ich versuch's. Wir müssen ein bisschen smarter spielen, Bro. Das war knapp. Die waren super low, ne? Ja, ja, die... Ja, tot jetzt. Können wir da in High gehen? Ja, aber wer auch smart, wenn wir auf Placement gehen, ne? Ja, aber vielleicht können wir ein bisschen noch weiß sein. Ja, ist okay, Hugo. Ich verstehe schon. Was für Hure, Junge. Willst du noch langsamer fahren, vielleicht? Bro. Links? Ja, ja. Gesniped, Bro. Wie hab ich den getroffen, Digga? Das war ja krank. Ich fahre mal andere Seite auf. Berg werden, wenn niemand hochkommt. Safe nicht. Eh, na, wir kommen da hoch. Yippie! Rüber geschafft. Ah, oben. Siehst du, oben fliege ich schon weg hin? Ja. Das war's, Digga. Nee, da oben sitzt sogar weg hin. Oh, da ist schon jemand. Ah, shit. Der OG-Gleiter. Der Bros. verschwitzt vorne. Wolltest du ihn nochmal treffen oder so? Das ist crack, der ist Solo. Komm, wir pushen hin. Knock. Schön. Klar, Solo, Digga, wo denn? Ist auf jeden Fall Solo rumgerannt, ne? Ja, der war mutig. Wir sind Top 10. Ey, wenn ich das vergleiche mit der Runde davor, die war so krank, cracked. Ja, Mann. Das kriegt Falsch, ja. Oh, die Säune ist halt... Guck dir das an, wie viele Medaille jetzt, wo wir reinfahren, die Karte. Wohin? Würde ich sagen. Hinten in die Zunge. Ich versuche durchzufahren. Rechtum, rechtum, rechtum. Hast du ne Festung? Ja. Lass da hoch. Boah, sicher? Wenn's kaputt geht, müssen wir auch steigen. Raus. Festung? Boah, hier. Sehr geile Position hier. Hast du ein Big? Hier. Aber schon mal, wie wenig stack die Runde ist im Vergleich zu davor. Oh, waren 28 Leute irgendwie am Ende. Jetzt ist halt nur noch so 8 oder so. Die sind... Ah, die sind so ein. Digga, er trifft mich. Ah, ich hab dann... Wulsch kaputt, guck mal, was war denn? Sorry. Ja, die haben mich auch so gelasert aus dem Fahrzeug raus. Headshot type. Oh, nice. Hey, komm, komm. Lass push ihn hoch. Ah, das ist doch ein Team. Der Rewive. Cracked. Hab ihn. Lass hoch. Lass ihn. Wir haben God Position hier. Oh, ich hab einen Medaillon gesneakt. Lass dir oben Festung machen. Auch, oder? Wirklich? Das chillen erst. Wir haben nur zwei Stück. Und wir müssen im Wasser auf jeden Fall eine haben. Digga, der macht einfach Sky Base. Digga, ich bin Zero-Bit. Bist du dumm? Ah, ich kann wieder, Bro. Ich bin Zero-Bit. Boah, ist fix lost, lol. Ja, aber vielleicht hat er ja 500 Festungen oder so. Ja, ist ja klar. Ja, ich bin der. Ich baitest. Crack. Tot. Sehr geil. Letztes Duo. Ich glaube, die sind straight unter uns versteckt. Soll ich ins Wasser und Festung fetzen? Ja, warte. Okay, ich komm mit. Geht das überhaupt? Ja, ja. 120 auf den einen. Auf den mit dem Grappler. Du hast noch eine Festung. Ja. Der eine ist weit links. Der sniped. Robben, geh mal in die Schüsse nicht rein. Oh, oh. Drei, zwei. Ding, Bogen. Oh, schade. Oh, der ist weit. Let's go. Let's go. GG, GG, Jungs. GG ist in den Chat. So muss das sein. Haben wir einen episch geholt noch. Okay, wie viel Prozent gibt es? Wir hatten 13 Kills oder 14 Kills? GG, Freunde. GG. Schöne Runde. Und wir sehen nur Champion Kills gemacht. Da, Unreal. 14 Prozent. Sehr geil. Okay, ich bin ein bisschen hochfix. Bin ehrlich. Aber mir geht's. Aber ich bin doch lower als die. Also ist mein Job doch besser. Boah, ich weiß nicht, ob ich aufs. Ich schaff's. Kann sein, dass mir jemand versucht zu yeeten. Ja, okay. Schaff's, schaff's. Und dritte Runde. Ich hab die. Ich kann vielleicht mit der Eier. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich treffe gar nicht. Das war alles drauf. Bro, das ist das Game late. Bro, ich nehm nie wieder die Eier. Nie wieder. Nie wieder die Eier. Nie wieder die. Ey, Junge. Ihr habt gesehen, ich war drauf. What the fuck? Wo ist denn? Würde ich jetzt auch sagen. Digga, wirklich? Scheißeier hat er nie wieder. Voll ich Dreck, Eier. Was ist das für eine Kacke? Kaputt machen? Klar. Noch mehr extra Wünsche, Prinzessin. Einer auf der Straße. Digga, der leckt. 105. Der leckt geisteskrank. Der ist so One-Shot. Hast du ihn? Ja, jetzt hab ich ihn. Boah, ist das eine Mission? Gerne, Bro. Ich hab eh nur eine Eier. Ich kann reingehen. Close! Hinter dem Zaun. Mega, wie die gebaitet haben. Mit der Kiste da. Ich hab keinen Fall. Hab einen Nook. Fall auf. Ja, hab den anderen auch. Hinter uns noch jemand. Push rein, push rein, push rein, push ihn. Wir müssen ihn zerstellen. Digga, hinter uns. Nein. Da kam noch ein Team. Lauf, 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 lauf. Bitte überlebt. Ja, du bist auf Zug, oder? Ja. Ciao, ciao. Ich versteck meinen Loot hier. Ich komm nicht mal langsam auf den Weg, ne? Was macht das? Oh, einer ist Nook auch unten. Okay, warte. Ich geh doch lieber, ich dropp meine Karte hier direkt zu den Dingen. Okay, ich bin direkt da, wo das Zip-Line ist. Aber die sind immer noch am fighten. Du machst das schon, Bro. Da ist auch Sniper. Nice, easy. Aber sowas von easy. Perfekt. Perfekt geparkt, Junge. Perfekt! War ich auf Ding landen, Movement? Oh, nee, die sind bei Movement. Einer ist hier. Der sitzt da. Vielleicht kannst du das. Das ist keine Waffen. Das ist dumm zu fighten, ne? Ja, ich sammle gerade Waffen. Die pushen mich. Mach keinen Scheiß mehr. Ich bin weg. Der push mich, der push mich. Hab ihn 70 gegeben. Ich komm gleich, ich komm gleich zu dir. Der haut wieder ab. Besser so, Pussy. Die, die machen sich voll, die haben sich voll gemacht. Die pushen, die pushen. Ja. Ich hab Impuls. Ist unser Auto noch was drin? Ja, ein bisschen. Weiter, weiter, weiter. Da ist ein Gegner, das ist ein Gegner. Wir müssen zum Auto. Ja, direkt ins Auto und abfahrten. Ich hab ihn gehitzt. One, 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 one. Wir können mich vielleicht holen. Wer willst du ihn holen? Komm. Der ist legit, der legit 20 AP. Oh, ist sein Weg. Crack. Unten. Oh, er teilt die Zeit. Großer. Aber das ist der, der low ist. Kannst du holen auch, vielleicht. Let's go. Easy. Baby. Das ist wieder eine komische Runde hier. Die ist wieder, ah, wobei nicht so stacked wie die andere. Digga, der hat einfach eine Shotgun mit Silencer drauf. Was ist denn das? Ich sag mal so, wir haben hier recht gut gerade noch irgendwie überlebt, ne? Aber wir haben richtig gut überlebt. Überlebensexperten, ich sag's dir. Dreamteam, würde man auch behaupten. Ja, verrückt, oder? Ja, crazy. Einer ziplined. Ich bin scheiße. Du musst mal weg, die Mutter. Geh, ich geh, ich geh hinter. Ne, ich geh ins Haus. Wollen wir G-Klasse nehmen? Müssten wir eigentlich. Ja, die sind über uns, ne? Lasst raus hier. Komm mit bei mir. Hier, hier, hier. Willst du G-Klasse? Komm, lass fetzen. Schneller, 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 schneller. Nein. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dead. Shit on die Kekos. Let's go. Shit on, Alter. Scheiß Bots. Bei mir, äh, bei mir hat's geleckt und ich hab, äh, äh. Mann, du bist nur knocked die ganze Zeit. Der hat den Peter Griffin Pump, was soll ich machen, der gibt mir einen One Pump und ciao. Smarter, spielen, bro? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Nein. Kein Movement, das macht mir anders. Da oben. Oh mein Gott, ich schieß dann eben, scheiße. Ich geh, ähm, im Ursch rein? Ja. War der, ich will komplett gelasert, oder was? 110. Kann man den Stein nicht kaputtballern? Ich hab einen Plan, komm mit. Die gehen übers Zipline. Ja, scheiß auf die. Wir wollen win. Da gibt's ein Underground, ne? Genau da will ich hin. Untergrund, aber da kommt ein Gegner oben drauf. Lass an der Grund rein, Underground, Underground, Underground. Ah, shit, essen kann man. Ich kann es nicht annehmen. Lass kurz auf Sohn was. Wir warten kurz 30 Sekunden auf Sohn. Du bist so klug, Mann. Wie kannst du so ein Fortnite-Spiel? Wo hast du das gelernt? Auf dem Klo. Wohin? 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 Jetzt kriegt man das Fenster hin. Ja. Auf Dach, auf Dach! Wundra." Noc. 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 Ich hab gar nicht gelobt. Oh mein Gott. Ja, sorry. Oh mein Gott! Wir sind tot. Ihr seid tot, Bro. Ja. Ich bin im Haus. Jetzt im Dach. Ich bin am Arsch. Ich könnte es schaffen, wenn du Instant re-waltst. In der City ist ein Automat, ne? Wo du dich hin kannst. Ja, ich bin jetzt schon weiter. Ich hab einen Knock auf jeden Fall nochmal. Oh, Hoverboard. Und Grappler, oder? Ich hab die Zone gepinkt. Da bist du in, gleich. Oh, handen die dich? Ja. Kann ich nichts machen. Schade. Scheiße, Digga. Das war halt einfach nicht deine Runde, Digga. Naja, die Runde war's nicht. Ein paar Prozente. Shit. Links, 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 unten. Ja. Hast du ihn? Knock. Nice. Ich hab ne Pump für dich, wenn du willst. Der ist hier bei mir, der ist beim Reboot-Vend. Pass auf, der ist vielleicht Sniper. Ich schau ein bisschen von rechts. Ja, push ihn von rechts. Push ihn, push ihn, push ihn. Ja, go, go. Push ihn. Hä? Ach, das ist ein anderes Team. Hä? Hab ihn. Hab ihn. Bro, what the fuck? Das war ein anderes Team, wo es der Single-Guy ist. Junge, Alter, der war hinter dir. Digga, crazy, aber geiler Shit-On. Shit-On, Digga. Dass der F*** dich nicht braucht, Bro. Ja, ich bin bereit, Junge. Ich bin zurück. Dass der F*** dich braucht. Ah, auf dem Berg. Die pushen mich. 75, 100. 130 auf dem auf dem Berg. 50 auf dem, der kommt zu dir. Die pushen dich. Einer's Crap. Ich komm auch. Klopp. Mache. 17, 100. Gefühlt ungefähr. Ich geh hinterher. Ja, der dippt komplett, Harino. Da fährt auch noch jemand. Oh, oh. Die kommen, glaub ich. Ja, die kommt zu uns. Leider, gib... 50. Hat gute Hits. Kriegen wir aus? Ne, steigt nicht aus, der ist Solo. Slow, dead. Nice, good job. Der hat gar keinen Bock mehr. Ja, hier vorne sind halt welche, ne? Die pushen, die kommen. Ich bin hinter denen. Habe einen Headshot-Snipe. Der andere ist im Auto. Hat 100 Sechmann. No. Crack? Spawn. Ja, ich kriege. Raus? Ab ihn. Let's go, baby. Mit der Jung. Sehr geil. Brody hat ja Überwaffen gehabt. What the fuck. Ich könnte nicht schon mal so umgehen ein bisschen und kurz chillen. Doppelt help. Vielleicht ein bisschen looten, gucken. Oh, warte. Hier ist ein Lama. Ein Lama könnte auch Festungen sein, oder? Oben sind welche? Auf dem Berg, siehst du? Vielleicht kriegst du was gesniped. Der schießt irgendwie komplett in alle Richtungen. Kreis Hacker-Same, Schade. Ich seh das doch. Ja, ihr kleinen Hacker-S. Was seh ich hier ungefähr? Links. Einer dippt zu uns. Der ist close. Pass auf zu uns. Willst du von links gesniped? Ja. Wollen wir ihn holen? Ja, lass den holen. Komm. Ich hab einen Crack, ich hab einen Crack. Crack nochmal. Ist im Auto. Ich muss reloaden. Oh mein Gott, das ist ein Witz. Er ist ausgestiegen. Crack wieder. 75. Ich muss schon wieder reloaden. Digga, fix. Digga, ich muss reloaden ohne... Der hat eine Münze aber, ne? Der ist wichtig zu kehren eigentlich. Ja, lass den verfolgen. Er wurde einmal gesniped. Wir kennen den... Ah, er vielleicht. Digga, also... Pass auf, links sind welche in der City, ne? Einer ist close von mir. Oh, der ist low, der ist low. Ja, den hab ich weit getroffen. Oh, da wurde einer sniped. Der ist knock. Hier ist eine knock. Scheiße, Digga. Komm mal. Ja... Scheiß drauf, oder? Aber die beiden Münzen müssten Solo sein. Einer geht rechts lang, ne? Links von uns. Nein, nein, er geht wieder hoch. Er geht wieder hoch. Der rebooted. Bro, der rebooted einfach. Ja, kein Green Lab halt. Ich muss riften. Aber ich kann nicht ihn pushen, leider. Ja, wir können ihn nicht pushen, aber wir können ihn abfangen. Ich warte kurz oben und schau, wo die reinkommen. Lass das Auto nehmen. Lass da ungehen. Die Spiele placement. Scheiß auf. Okay. Ich glaub, die wären easy aber gewesen, ne? Ja. Habe eine 150. Oh mein Gott. Einer ist unter dir im Haus, ne? Ja, die sind beide unter mir. Beide. Einer knock. Ja, lass die killen, lass die killen. Ist genau bei dir. Versuch reinzuspringen. Geht's ohne, geht's ohne. Ich glaub, er ist Richtung Wasser gedippt. Ich schon. Ich hab's zumindest, hat sich so angehört. Lass sie bleiben machen. Ja, wir haben vor uns aber Leute, ne? Da siehst du ihn. Ne, egal. Das kostet nicht schießen. Müsst du kurz einmal so überleben. Wollen wir vielleicht ins Haus reingehen? Hier ist Launchpad. Siehst du? Ja, hab's gesehen. Ja, aber ich kann die Spreng fixen. Oh, wir müssen dann hier hoch. Ich schwöre, das Jumppad hat mich so gesgafft gerade. Warte mal. Ich glaub, da ist ja mal. Da ist jemand im Haus. 110. Sind zwei im Haus. Driften. Ja, ist irgendwie, ist gut. Und der hat ja... Digga, ich pass den Snap oder so. Einer, der hat ihn aufgehoben. Wollen wir den pushen? Ja, wir können. Ja, komm was. Das andere mit Schild oben. Komm, ich bin nicht ganz geschnitten. Ah, nee. Kannst du driften? Ja, ich bin dabei. Kannst du ins Haus gehen? Ich wollte aber gesniped. Shit. Ich bin knock, ich bin knock, aber unten. Ach, Digga. Ist das safe? Ja, ja. Ich spüre mal auf Placement. Oh, mein Gott. Er ist ein absoluter Downshot. Ich bin dead. Ganz. Hab ihn down? Nein. Ah, shit. Der hat gefinished, ne? Ja, ja. Spüre mal auf Placement. Da ist noch Pizza, Dig dran. Da ist noch Pizza drin. Digga, es ist verpackt. Okay, ich glaube, ich kann gut auf Placement so gehen. Ja, ja. Der ist einfach Hoden. Digga. Was ist mit ihm? Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich reload kurz. Ist eigentlich Free-Kill, ne? Oh, da war Free-Kill. Der kann sauen. Jetzt haust du vielleicht rein. Sonst versneak dich irgendwo im Haus. Komm, geh rein. Oh mein Gott. Da ist Pizza noch. Über die ist ein Special-Chest noch irgendwo, ne? Oh mein Gott. Ja, let's go. Junge, what the fuck. Top 3 bist du gerade. Wenn Matt klebt drin, das wäre halt strong. Oh, Pizza. Oh, ich komme nicht raus, glaube ich. Ich muss. Na, die müssen ihn, die müssen ihn töten. Da bist du Top 2. Nein. Oh, schade. Egal. Top 3 nicht schlecht. Die pushen mich zu zweit anstatt oben zu chillen, weißt du. Ist ja auch ein bisschen dumm. Ey, aber gut Prozent, glaube ich, oder? Ja, ich glaube. 9. Ah, wir haben drei Prozent gemacht. Ne, 8. Strong. Oh, nice. 8 Prozent, ja. Der ist hier runter. Nehmen wir. Down. Unten. In low. Der ist low, der ist low. Der ist auch low. Shit. Hab ihn. Mein Game ist über laggy. Vor uns Auto. Vor uns ist jemand. Ja, der hat's geklaut, ne? Ey, das ist noch ein anderes Team. Was eher auf uns schießen, nicht auf den. Ja, chillig. Oh, Digger. Ich würde auch eher auf uns schießen und nicht auf den, der gerade durchs kaputte Auto rausgeschlagen ist. Ach, Digger. Ja, ich konnte nicht rechtsklick so schnell machen. Die Runden sind schon anstrengender, ne? Ah, hier ist auch Healing. Ja, ja, komplett. Digger, ich kann nicht nach vorne laufen. So ein Glock funktioniert, das spielt so gut. Oh, perfekt. Leavage die Münze pushen, oder? Ja, ja, die haben eigentlich die geile Shotgun, ne? Ja, die haben die Banger Shotgun. Sniperkugeln hast du? Die sind am Fighten. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen wegen dem Bug. Oh mein Gott, ich krieg sogar Voll Damage. Digger, mein Movement ist komplett wasted. Ich bin safe. Digger, das ist so ein Witz, ne? Mad Kid hier bei mir. Oh, anderes Team. Oh, kommst du weg da? Ja, die schießen von dort. Geht zu mir. Kannst du zur Scheune kommen? Ja, ich komm. Hier ist Mad Kid in mich. Ich kann einfach nicht nach vorne laufen. Manchmal. Pushley. Sehr slow. Tipp noch weiter nach hinten. Beim Auto. Ist der andere. Ich hab den anderen, glaub ich, abgeschossen. Lass weg hier. Die sind aber evil trash, ne? Lass mal auf das Dach nochmal gehen hier. Ja, okay. Bin bei dir. Da waren aber irgendwo welche in der Nähe, ne? Ja, die waren hinterm Haus. In der Ecke. Okay. Wem da? Links neben uns. 110. Ja? Der geht hoch. Ja, ich komm auch gleich hoch. Muss kurz aufladen. Nur zusammenbleiben ein bisschen. Oh, Digga, den. Ich hab halt. Oh mein, ich kann schon. Die kommen raus, die kommen raus hier. Die kommen hier. Zwei Stück. Heater sniped. Bin bei dir. Ja. Das ist aus, das ist aus. Der ist hier rechts wahrscheinlich. Wollen wir rein pushen? Ja. 3, 2, 1. Nice. Sehr schön. Lass da drauf und den schon rufpushen. Alright. Da. Lass uns raus. Ich bin bei dir. Ja. Ich bin bei dir. 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 Ja. Sorry. Da unten, da unten. In den Busch. Ah, okay. Hab ich jemanden gesehen? Ja. Ja, er ist im Busch. 80. Ich hab's kaputt geschossen. Reloade kurz. Der wird nicht lang drin bleiben. Hat einen Hit. Cracked. White. Auf ihn. Nice. Der dicke Pump, ne? Auf die mythische, ja. Das Sniper upgraden vielleicht? Kann man? Oh, ne, meine ist perfekt. Ich brauch fast. Fast. Reinskaufen. Meine Sniper macht keinen Sound. Chillig. Oh, Steps. Fortnite läuft die Runde bei mir komplett. Oh, Gleiter. Vorsicht. Ja, lass das Auto, lass das Auto. Komm her. Wir dippen von dir. Wir dippen. Oh mein Gott. Fahr, fahr, fahr. 110. Digga, ich kann nicht laufen. Ich konnte nicht laufen. Ich stand neben dir. In dir. Ja, ich komme. Bin da, bin da. Bin im Auto. Hier rechts ist einer. Das ist jemand. Ja. Lass kurz Cover hier holen. Jetzt stand. 116. Noch einer im Haus. Rechts kommt einer gepusht. Ah. Rechts vom Haus unten ist einer reingegangen. Ah, hier unten jetzt kämpft die. Der ist auch wahrscheinlich. White. 85. Ab ihn. Versuch den anderen. Lass der andere pushen hinterher. Komm, wir haben einen Zone jetzt, siehste. Der Bush ist auch noch im Saum. Wir könnten vielleicht im Saum gleich gehen. Hier rennt einer. 116 oben aufm Berg. 116 oben aufm Berg. Von links Knight. 2x116. Links, Berg, ja. Von hinter uns Knight auch. Vorsicht. Wollen wir Bush gehen vielleicht? 116 hinter uns, Auto. Der ist Crack. White getroffen. No more white, no more white. Wollen wir pushen? Der ist Solo. Ja. Ja, ist halt Kill, ne? Komm, ist Free Kill. Das Ding war easy. Crack. Crack. Hab ihn. Mach's ihn? Nice. Ich kann noch einen Bunker mitnehmen. Digga, der hat graue Waffen nur, der hat gar nichts. Digga, macht der graue Waffen-Challenge, oder was? Hinter die oben, hinter die oben. Ja, ja, ich weiß. Haben wir gesniped? 116. Schön. White. Ich geh Zone und schmeiß Bunker für uns. Ja, ich komm mit da, ja. Wir gehen aufm Berg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich schmeiß den Bunker. Scheiße, der ist falsch rum. Aber egal. Rechts im Busch ist jemand. Ne, hab ich nicht. Ich kann die Pizza gegen. Headshot sniped im Busch. Hier, Pizza. Drop dir. Links läuft jemand. Snack schnell Pizza. Nice, danke. Okay. Das wohne im Busch. Ne. 28 Blue. 116. Knock. Das ist noch einer im Busch. Crack. White. Wollen wir im Busch? Ja, lass kurz Busch. Hold dir die Tür einfach. Das sind zwei. Nimm mir den Jungen. Nimm mir den Jungen hinter dir. Gleich. Ne Matkit. Oh mein Gott. Ich hab meinen im Bunker liegen lassen. Ich bin dead. Ah GG. 2. Nein. Das waren die letzten. Ach Jungs, tut man nichts. Er hat wahrscheinlich nur 3 kills oder so. Nicht mal 2. Ja, Lacher. Trotzdem solide Prozente. 8% wieder. Ja. Ja, ich hab einen MP. Bei mir. Crack. 100. 25 weit, ja. Oben ist noch jemand. Der ist oben. Direkt links von dir. Wie soll der 200 leben? Ich glaub das war der von oben. Ich hab kein wenig Munition. Ah, schau mal. Ich hab das glaube ich. Nein, nein, nein. Ich laufe. Dig, ich hab ein Auto. Komm her. Oh mein Gott. Hab genug. Noch einer. Crack. Knock. Da hab ich ihn auch losgeschossen. Ja, Hunde. Digga, beide Lila Pump, weißt wie ich mein? Ja, Mann. Lila Pump, Full Life, alles gab wieder. Ist crazy. Ja, da waren noch mal Steps unten, ne? Ja, ja. Wir können uns Full Life machen. Ich darf jetzt haben wir eine stacked Lobby, Digga, mit guten Gegnern. Auf, auf, auf. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Dieses Auto. Was hieß denn? Ja, ja. Und Steps. Ja, ich zieh durch. Ich fahr, oder? Ja, ja, fahr. Oh, hier gibt's Movement-Item. Ich kauf hier, schau. Willst du haben oder willst du Impuls? Gib mir eins von beiden einfach. Dann nehme ich diese. Ich würde vielleicht hier oben chainen. Und kurz abwarten. In der City Pleasant sind wir hier. Anfangs der City. Okay. In die Richtung. Die waren der unten. Drüben auf dem Dach, auf dem Dach. Headshots Knight. Ja, lass pushen, lass pushen. Ich ziehe wo ich der Mate ist. Im Haus. Unten. Lass runter, zusammen. Shotgun, beide. Hab ihn, glaub ich, gesehen hier. Da ist er. Verfolgt's. Tracked. Hab ihn. Nice. Läsert. Reboot. Reboot in der Zone. Wir brauchen auf jeden Fall Festung. Wir müssen Stack the Lobby hier. Wir müssen safe spielen, die Runde. Links auf dem Dach. Der Slow, der Slow. Bist du drauf? Ja, auf den hinteren auf jeden Fall. Lass dich bitte den Headshot snipen. Snipen. You got it. 110. Crack. Wow, 75 White. Nochmal White. Nochmal White. Hab ihn noch. Da unten ist 75 auf jeden Fall. Ist der raus? Der ist raus. Crack, Crack, Crack. Oh, nice. Gott schön. Lass dich. Hier, ich hab WGs für dich. Nehmen wir uns das Münze. Da vorne. Auf dem Feld. Nein, nein, nein. Wir könnten snipen, wir könnten snipen. Bist du bereit? 3, 2, 1. Schuss. 110. Hast du gettet? Leider nicht, ne. Oh, er ist Crack. Kümmern Auto, ja? Ey, der Wagen hat direkt einen Platten. Ich heule. Hier ist jemand. Hab einen Headshot snipen? 110. Crack. 160. Du musst den holen, du musst den holen. 50. Hab ihn. Dann lass weiter hier. Komm jetzt, wir nehmen G-Klasse mit. Müssen halt Moven. Vorne sind welche auf dem Berg, ne? Vorsichtig. Ich zieh, ich zieh links vorbei. Am Berg oben, einer Kante ist auch noch einer. Der hat beim Bomben, siehst du? Der geht push vielleicht? Ja, ja. Ich zieh ihn. Seid, wir kommen. Boom. Ah, schade. Schade. Ich muss dann, glaube ich, welche. Hier rechts unten? Ja. Da unten. 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 110. Macher. Ich geh kurz. Ich komm mit dir. Lass mal Festungen gehen vielleicht. Ja. Und wir mit der Jungs fahren das? Keine Sniper mehr. Ich hab vier Festungen. Soll ich hier poppen? Eine? Ja, mach eine. Schatz auf. Okay. Gern unten. Lass danach gleich zu der Festung hoch, okay? So weit in der Sonne. Es geht direkt hoch. Die da drüben ist auch ein Zone. Ah, true. Welche Witze? Wir hatten einen Spahn. Die ist halt höher. Ja, lass zu anderen, komm. Aber du kurz, ne? Bist wir... Unter uns! Oh mein Gott! Aber noch! Oh mein Gott! Andere noch! Oh wann, hier noch Pizza, Digger? Ein Sniper? Nee, ne? So, hier sind noch zwei Festungen. Mach mal eine Festung vor. Einer 100 Snipe da hinten. Da. Lass mal in die Festung. Das ist so. Das ist unsere. Denk dran, da kann immer jemand unten drin sitzen. Nee, ist keiner. Ist keiner. 100... 200! Ich geh drauf. Mach! Ich hab noch einen ganz kurz gesnipet. Low. Hier im Busch. Boah, die sind so low. Der ist so low. Hab einen Huck. Lass im Busch gehen, komm. Hinter uns steppt was. Vorsicht. Wir können hinter uns gehen. Wir können unten rein. Wir können unten rein. Lass rein. In ein Ding rein? Komm rein, Figs. Ja, ich komm. Ja, hier unten. Wir holden einfach. Wir warten einfach. Wir müssen nicht fighten. Ja. Der ist schon wieder verpackt. Der ist schon wieder verpackt. Cracks. Komm, die Runde muss. Ja, ja, das ist stark. Wir haben 15k. Das ist krank. Mit Moving gleich hoch. Ich mag hier ganz kurz zone. Ich hab noch drei Dinger. Straight Zone, ich hab noch drei Bunker. Okay, wir warten. Wir gehen late ganz kurz. Nice, nice, nice. Okay, lass in Zone, komm. Und, let's go. Drei Booster. Gehen wir in den Bunker? Mach Festung, mach Festung, mach Festung. Nee, wir gehen in den, der da schon steht. Mit drin. Einer 50. Einer links von uns. 100. Links hinterm Raum. Ich holt rechts. Bro, ich bin laut, ich bin laut. Ich hab ein Knock, ich hab ein Knock. Ich hab Pizza für dich. Was ist denn hinter uns? Wo ist der? Der ist denn sonst beim Steiner. Ah, ja. Oh mein Gott. Wo bist du hin? Ich bin aus, wir sind raus. Habt ihr den anderen? WTF? Der letzte. Der letzte. Let's go. GG. Holy Shit. Mit dem Snipe. Oh Bro. Hast du ihn gesniped? Ich hab ne Snipe noch aufgehoben bei meinem Shot. Ey, meine Stingler war. GG. Aber war ne kranke Runde. Holy Shit. 18 Kids. Boah. Boah. Gut Prozent, ey. 14 Prozent. Alles Champion Gegner. Na, da ist Unreal. Elite. Uh. Markieren die selbe. Kommst du drauf? Ja, ja. Ich hab glaub ich besten Drop, oder? Mach du, mach du. Ah, ich bin am Arsch. Ich bin hinten beim Heal. Auf dem Dach. Okay. Ich hab's mit Nahkampf. Oh mein Gott, der hat... Den Ripple Burst. Hast du ihn? Nein. Unten ist einer bei Heal. Beide, beide, beide. Nice. Kann die Pistol droppen. Ja, ich muss nachladen. Pistol ist full. Ah, er hat nicht stickt. Digga, dieser Hund, Mann. Er gibt mir einen Burst. Ich bin tot, weißt du? Er hat, glaub ich, Triple Headshot mir reingedrückt. Naja, glaub auch. Let's go. Bin wieder big. Wir kommen mit Gully. Ja, egal, egal. Kannst du durchziehen. Kannst du easy durchziehen. Und dann fett's durch. Ich flieg direkt Richtung Fencing. Nice, nice, nice. Geh dahin, geh dahin. Ja, mach ich. Er snipet mich in der Luft, Bro. Wahrscheinlich, oder? Lass laufen, lass laufen. Warte, 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 warte. Da ist G-Klasse vorne. Hinter, 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 hinter. Da snipet er mich auch wieder. Komm rein. Da drin, bin drin. Du fährst? Ja, Fortnite ist so verbuggt. Ich hab's hier jetzt einfach die ganze Zeit so verschwommen. Ah, cool. Digga. Ich weiß nicht, was heute in dieser Folge los ist. Ich kam ein Park nach dem anderen, Alter. Da links ist ein G-Klasse. In die Richtung, über den Berg. Oh, da kommt mir reinverfolgt. Oh, da kommt mir reinverfolgt. Ja. Ja, rechts. Die kommen. 110. Die pushen mich. Bin drin. Der ist weg. Ah. Die Jungs sind alles. 110 auf den, der wieder weg ist. 17, 30. Ja, scheiß drauf. Ja, lass gehen, Mann. Die Nerven so krass. Oh mein Gott. What the fuck? Was mein Gott das sniped? Ja, let's go. Holy shit. What? Let's go. Oh. Im pushen war was? Bro, der. Holy shit. Ich weiß nicht, wo du ihn genockt hast. Ich geh irgendwo auf den Weg. Der ist nicht so weit. Der ist genau wieder zu einem ganzen anderen Team, Bro. Warum? Ja, ich hab gedacht, der ist hier. Nein, ich hab doch gesagt, der ist ja nicht. Check ein. Ich bin drin. Ah, ich bin fast tot. Oh, chillig. Hier ist er. Top dann hier. Ich geb Deckung. Headshots halt wieder. Ja. Oh, ich bin sick. Geh noch mal. Ich tick's bitte. Ich brauch dich ein bisschen nur. Du eierst da rum die ganze Zeit. Was machst du denn? Ja, Bro, Digga, bei mir ist die ganze Zeit ein Anzeigefehler. Ich seh alles gestreift gefühlt. Bro, ich hätte grad so alle geschittet. Holy shit. Du hast es gut geschittet. Ja, hast du gut gemacht, Maxi. Hast du gut gemacht, ich war auch dabei. Ja, ja, gerne doch. Er rebooted. Nice. Er hat's geschafft. Noch ein Kill mehr für uns. Kommt der. Oh. Außer Luft gesniped. Unten, unten, unten. 120. Crack. Headshots halt wieder. Oh, Macher, Junge. Hab den Finish für dich. Unter der Brücke. 120. Das Auto oben, was er hat, ist so gut wie kaputt. Ja, unter der Brücke haben wir zwei. Komm da weg, komm da weg. Aber die dritten, die tippen. Fix, du brauchst deine Festung gleich vor mir. Du bist du. Komm her. Brauchst du wirklich? Ja, unten. Sind da welche? Lass die Zone gehen. Ja, unten rechts. Oh mein Gott. Hast du ihn? Ja. Deine Runde, Mexi. Das ist deine. Ja, ich weiß. Fix, du bist nur im Rucksack die Runde. Lass direkt weiter movementen. Machst du Gas, jemand? Let's hop north. Ich laufe hier straight in der Nütze. Ich laufe hinter die Lange. Lauf durch, laufe durch, laufe durch. Ja, push, push, push. Fix, mach Festung, mach Festung, mach Festung. Nein, 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 hier Stein. Alles gut. Ich bin Solo. Rechts ist auch noch einer. Rechts war im Wasser. In der Festung. Komm, wir gehen hoch, wir gehen hoch. Soll ich Festung usen? Ich weiß nicht. Ich bin gleich tot. Bush is clear, Bush is clear. Wir müssen links lang gleich, ne? Ja. Fack die kurz an. Okay, lass links. Let's go. Wolken nicht, mach Festung. Hier, unten ist einer. Herzschutz-Nipe. Okay, lass chillen einfach. Wir können hier chillen. Oben sind welche. Du brauchst zwei Aufladungen. Ja, ja, lass da hin, wo ich markiert habe, auch noch Festung. Ready? Oder nicht? Ja, ja, ist gut. Wir können chillen, wir können chillen. Mach Festung, mach Festung. Oh, wir haben Zone an unserem Rücken. Das ist ein Mad-Kit, Digga. Check den Baum. Ja, da ist einer dahinter. Let's Mad-Kit holen den, ne? Ja, ich hol. Oh, Digga, bei mir ist alles verschwommen. Ja, ich weiß. Kommt, straight vor uns. Schön. Letzter, Finale. Hinter uns. Crack. Crack, crack, crack. Schön, let's go. GG, holy shit. Ich hab so krank die Snipes rausgehauen. Oh, Baby. Let's go. Der wirklich war so im Rucksack die Runde mit diesem verpackten Scheiß, ey. Kannst du anders abrankt bist, ne? Ah. 13. Zwei Prozent fehlen mir. Ah, shit. Doch, die kommen. Weg, 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 weg. Oh, die kommen halt. Up and down. Nice. Du hast ihn. Acht' dich auf ihn. Der hat mich runtergehauen. Ich komm' nicht hoch. Oh, Keller Tür ist aber offen, ne? So runter? Steps? Die sind da noch? Denkt dran, die haben wahrscheinlich Sniper, ne? Linke Seite haben die gesteppt. Ah, ich seh' ihn, ich seh' ihn hinter der Kiste. Ich pick'n, ich pick'n, ich pick'n. Ah, ja, ich seh' ihn auch. Recht bei der Waffe. Verband recht. Ah, Digga, na, na, na. Wollen wir die Kiste sprayen? Ich lau' weg kurz. Der kommt. Hab' ihn Crack. Hier, ne? Doch nicht, das war ne Waffe. Ganz hinten. 60 auf den hinteren. Ich kann die Wand sprayen. Cracked. Halt. Komm, wir gehen. Scheiß hoch. Ich bin da. 80, 100. Nochmal white. Der andere kommt. Hast du ihn? Nice. Let's go, Digga. Was sind das für Loser, Bro? Scheiß Botz, Digga. Gib mal raus aus unserer Lobby hier. Es kann auch, by the way, sein, dass das für mich vielleicht die letzte Runde ist, ne? Oh, Junge, wir brauchen Win. Mit Win könnten wir es schaffen. Jetzt gehen wir zu Dings, ja? Nee, 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 nee. Alter, ich hab' zwei Pizzen am Start, Junge. Ich bin sowas von Pizzalieferant. Ja, hier ist gefühlt... Sniper. Oh, da kommt jemand. Hast du Sniper? Hab' ich, ja. Ist movement hier bei... Sind das? Ja, ja, ja. Die sind beim Auto, die sind beim Auto. Der andere ist da her. Patchesnap, Patchesnap. Ja, drauf. Der Dippt. Ich hab' den Dingsboot getötet. Fünfzig auf ihn? Im Bunker. Fünfzig. Hast du, hast du. Ich muss nachladen. Oh mein Gott. Nice session. Musst du auch nicht loben. Andrew, ihr Gegner. Ja, wo seid ihr Andrew? Ich sag's dir so, wie es ist. Der Headshot sagt, der war mir wieder wichtig. Let's go. Lass' mir gucken, ob der andere auch noch Bunker hatte. Ah, nee, hat er nicht. Ich hab' schon geguckt. Hab' schon gelootet, mein Besser. Ach so. Hm. Während du da in deinen Hellen bist, weißt du? War ich schon ordentlich und fleißig am looten, ja? Die hätten wahrscheinlich Storm-Veuersage und dachten, die kriegen uns hier. Aber falsch gedacht. Da kam' die Scheiße, das Sniper auf deinen Kopf. Bist du dumm. Ey, Muffe. Äh, Dings. Willst du hin? Warte, warte, warte. Die geben wahrscheinlich beide Schiffe. Oh ja, die dippen. Warte, warte, warte. Die kommen noch mehr. Fahr' weiter, fahr' weiter. Die Richtung. Da hin? Ja, die landen da safe. Blut. Hier, genau vor uns. Der eine ist one. Der andere ist da unten. Ich steig' aus. One. Ich hole, ich hole. Knock. Nice. Der ist in der Stadt, der dip. Mein bester Mann! Ich geh' auf den Berg. Ich lass' hier schön die Kills, damit du auch mal endlich unreal wirst. Nicht so wie ich hier. Ja, shit on, Digga. Und wie war die Runde davor, wo du unreal wurdest? Ja. Du lässt mir halt keine Kills. Bist du kein guter Mage? Ach so. Der Bush ist gefährlich hier und nicht reingehen. Warte mal, hier gibt's vielleicht Loot oder nicht. Ist niemand? Lass kurz chillen. Hier. Auto, Auto von, von wir gekommen sind. Willst du schießen? Ja, das ist ja auszeigen. 3, 2, 1. Knock. Schön. Ich bin so weggeladert. Weiß er mich auf die Lose im Lose im Lose. Ja. Willst du erst healen? Ja, ich heil kurz. Nimm dir 4 Stücke mit. Erstmal klauen. In zone. Habe einen Knock. Kannst du finishen? Klar. Hä? Hab ihn. Andere Seite. Du müsst'n weg. Ja. Lass launchen. Ja. Ich launche. Auf Berg hoch oder was? Hier? Oh mein Gott, wir haben nicht. Ja, ich komm mit dem. Lass hier runter. Lass hier runter. Lass hier runter. Ich bin unten gerade. In der Zone, in der Zone. Vorsicht. Das Bunker, ja. Hast du Bunker bei dir gerade aktiv? Ja, ja. Aber ich hab nicht gelaufen. Soll ich schmeißen? Ich bin hier gut an der Kante. Lass in die Bunker gehen. Ja, hier ist Blick. Hinterbauen. Oh mein Gott, mein Snipe. Oh mein Gott, der ist moved auch wie ein Trottel. Warte mal, warte mal. Lass zum Haus, lass zum Haus. Das ist viel smarter hinter uns. Okay. Okay? Ja, der snipet auf mich. Von hier, von hier. Vorsicht. Können rüber ziplinen, weißt du? Können wir auch. Ziplinen ist ein bisschen risky. Wenn sie Aim haben, dann sind wir tot. Können auch unten lang gehen eigentlich. Dann gehen wir da oben an die Kante, ja? Ja, soll ich dann Bunker schmeißen dort? Oh, machen. Ja, ja. Dann oben Bunker. Müsst jetzt mal einen Win holen. Hab nicht ewig Zeit, Mann. Mann, man hat die Scheiße fix, Mann. Ja, okay, Mann. Du musst halt mal einen Win holen, Bro. 3, 2, 1, go. Wir haben sogar Geg-Autos hier. Mach mal, mach mal. Ich geh schon wieder unter mich. Ich hab mit Snipe kassiert. Lass late mit dem Auto einfach, oder? Ja, ja. Mit 16? Oh, der ist down, oder? Ja. Wollen wir drauf? Weiß nicht, Bro. Der wird halt losern. Ja, der hat Day-Revive. Hab 116 noch auf einen? Der unten rechts läuft. Der unten rechts läuft. Der unten rechts vom Sandkasten läuft. Ja, ja. Wir müssen die hier fokussen. 100, 116 oben auch. Ups, wir sind einfach bei dir einsteigen. Bin drin. Ist der oben in Zone? Da müssen wir hoch. Ja, das ist der Plan. Oh, im Glück. Sind zu fett. Hallo? Hallo? Ich hab den ge-hitted. Kill den, kill den. Okay. Nice. Noch einer. Wir gehen in Zone. Down. Oh mein Gott, ich hab missgelegt. Ich schmeiß Bunker. Ja. Hinter dem Schneiden. Und vor uns im Ding. Was? Er pusht langsam. Er ist da. Komm rein. Wir müssen move'n, ne? Ja. Wir müssen move'n, ne? Was willst du denn denn, ne? Ja, hier. Du musst move'n, Bro. Und dann 16? Digga, ich werd wieder in der Luft gesniped, Digga! Nein! Ich bin stuck. Oh Mann, ich krieg ihn nicht. Lass dir! Ich hab die Beine gesniped, Bro! Ich geh in die Zone. Da wartet einer. Er snipt mich mitten aus der Luft, Digga. Oh mein Gott. 83 Prozent. Aber hier ist irgendwo einer, ne? Ja, unter uns ist jemand. Mach dieses Dach auf. Den statten. Ich kann mich unsichtbar machen. Zu ihm hingehen und dann... Ich glaube, er ist ganz unten. Ist er bei dir? Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Frank. White. Shit on. Ist der Kacke. Ist der Kacke, Mann, Bro. Der kann ja gar nichts. Der ist der Überarsch. Wo hat denn der Fortnite spielen gelernt? Bestimmt nicht bei mir. Wir haben unten Schüsse. Einer kommt hoch. Einer kommt gleich hier raus. Ja. Rechtsseite. Ich mach mich unten gleich hier hin. Ja. Ich push auch close. Ja, ja. Wir haben halt ein Auto, ne? Das wird... Auto ist kaputt. Die können das nicht fahren. 23 White, hinten. 23 White. Digga, ist der dumm. Der andere ist hinterm Haus. Ist der dumm. Der zieht durch. Der zieht durch. Sepp sind noch unten. Bro, wir haben ihn so outplayed gerade. Holy shit. Hey, wie dumm. Er geht ins Auto, dachte er kann fahren. Wir können kaputt sprayen, wenn du willst. Ja. Warte, ich kann vielleicht mit EMP nochmal hingehen. Hast du den? Ja, ich benutze. Da ist einer. Ist er White? Hat er den hilft mit? Boah, hat dich gesehen, oder? Brauch Hilfe, brauch Hilfe. Ja, bin da. Der andere ist slow, der andere ist slow. Okay. Der andere ist easy. Ich hab nur keine Pump. Braust du nicht, brauchst du nicht. Das hast du so. Hab ihn. Sag ich dir, sag ich dir. Der hat so gute Wappen, ne? Puh, Baby. Ja, 4 kills für den Stars ist schon mal nicht schlecht. Nimm mal mit. Schmeckt richtig gut, ne? Ja, diese EMP-Granate ist actually gar nicht mal so bad in dem Modus, ne? Ja, vor allem, dass du da dich immer ransneakst und die checken das nicht. Das find ich krass. Das wird, das wird, das wird, das ist einfach. Ey, ich sag's mir, wie es ist fix. Das wird, ich spür, dass es unsere Uprank-Runde ist. Das ist die Uprank-Runde. Ich glaub, das ist die. Eine Runde, imagine. Wir haben uns extra bei den Wecker gestellt. 7.30 Uhr, Abfahrt, wir gehen rein. Und dann, wir sind instant upranked. Das wäre so krass, ne? Komm, lass gehen. Auto oben! Shit! Wir brauchen Movement, ne? Das ist der mit der Karte wahrscheinlich. Wir brauchen legit Movement. Und... Rebooted. Ja. Ah, der zieht durch. Der hat uns gehört. Ich hör Auto, dann können wir auf ihn. Wir dürfen nicht zurückschrecken, Bro. Wir müssen mit Eiern spielen, Bro. Ohne Eier können wir auch keinen Kuchen backen, weißt du? So'n Ding nämlich. Ja. Und ich hab richtig dicke Eier. Hier links. Ist das deine? Ja. Ja. Ja, ja, geht doch vor mir. Oh! Wow! Was? Hä? Der Arme. Super low. Da oben. Crack. Ah, ist ein Spot. Das ist ein Spot. Egal, ich hab ihm instant headshot gegeben, er ist weg. Die aufs Dach. Ein bisschen Steps, ein bisschen Steps zu unten. Ja, unter uns. Ah, der Boss schießt auf die? Ah, shit, ne, leider nicht. Ah, ich kann die Decke über den aufmachen vielleicht. Recht von dir, recht. Oh mein Gott. Ja. Ich hab mich kurz hochgepickt. Hab einen Crack. War der bei dir? Hab einen, ja. Der andere ist auch bei mir. Aber ich bin tot. Ah, shit. Ist du weiter low? Ne, der ist nicht low. Du musst safe spielen. Oh mein Gott, du hat es sniped. Spiel safe, versteck dich. Bro, das hab ich jetzt einfach. Oh mein Gott, du bist super giga low. Der andere ist hier. Der carry grad seinen Mate. Okay, der wird den reviven. Weißt du, du kannst zu mir? Ich komm gleich. Ich komm gleich. Oh, er revivet. Er steht genau da. Und da ist noch ein anderer. Ist der dumm. Oh mein Gott, die sind so scheiße. Bro, ich bin halt giga low. Oh mein Gott. Der Bot. Geh weg, Bot. Ist der dumm. Weg, 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 weg. Lauf, weg, weg. Der Bot, der Bot. Eieeie. Der macht nichts. Ja, der macht nichts. Klar macht der was. Ich kann nicht weg Bro. Ich bin voll low. Da hast du noch Gegner. Hab den Bot. Der kommt, der kommt bei mir. Ja, hab ich drank. Der eine wirft den P-Granat auf mich. Der andere ist drin. Mein Gott, scheiß Bot. Komm her, wixi. Oh mein Gott, was machst du? Wo bist du? Du musst mich supporten. Bro, ich hab gegen Bot gekämpft. Ich sterbe wegen Zone. Ich auch wegen Zone. Da ist ein Gegner. Komm rein. Wir gehen hier. Wo bist du? Wir gehen runter, wir gehen runter. Komm mal. Oh mein Gott, fix ich bin zu low. Fix ich bin zu low. Ich kann nicht rennen jetzt. Fix bitte hinter mir. Komm rein, komm rein. Ich hab Bunker. Ich konnte da nicht lang. Wäre ich lang lang gegangen? Sicher? Halt die Leine. Ich mach grad Mad Kid. Hast du Biggie oder so? Ich hab hier... Fix kannst du gucken, ob die da sind? Nö. Ich weiß nicht. Die sind über mir, glaub ich. Kommst du mal Dressant? Ich komm, ich komm, ich bin da. Ich kann hier ein Ding schmeißen. Bunker, komm her. Bro, what the... Hier ist Mad Kid noch für dich. Wenn, dann laufen die durch die Bunker durch. Ist zwar ein bisschen risky, aber... Brauchst du noch Bunker? Ich kann noch carryen, ja. Hast du die God Sturmgewehr? Nee, ich hab gar... Digga, das lag da noch. Wollen wir doch hin? Wollen wir es noch holen, ja, ne? Ja, die ist schon wichtig. Komm jetzt hier links. Versuch ein bisschen in der Zone zu bleiben. Ich seh nur die Pump. Ich seh nur den Pump gerade. Ah, ich hab die Eier. Die mythische Pump ist hier auch noch, ne? Peter Griffin. Ah, brauchen wir die? Nee, scheiß drauf. Oh, hier ist noch eine Pizza. Warte, ich nimm mal kurz Pizza mit. Pizza ist wichtig. Wir lieben alle Pizza. Ui. Warte, ich stell das Auto ganz kurz in den Weg, weil da sind welche mit Zonendings hier. Links hinterm Stein. Siehst du ihn? Du kannst ihn Headshot snipen. Hier drüben. Zangoku. Yes. Maxi, was machst du denn? Fahr, 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 fahr einfach. Jetzt snipe ihn. Hab ihn. Nice. Mein Gott. Ja, Headshot. Er ist tot. Junge, jetzt gib mal Gas hier. Bin da, bin da. Jetzt Headshot, Headshot. Oh mein Gott, den kann ich nicht treffen. Hab ihn doch. Mein Gott, gib ihm die Medaille jetzt. Quatsch mir nicht voll. Dumme Kuh. Ey, ist das schon ein bisschen peinlich, ne? Der zweite Headshot war ein bisschen schwerer. Ich sag's, wie es ist. Würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Lass Zone gehen. Oder wollen wir Münzen pushen? Wir können Münzen pushen. Wir müssen eigentlich pushen, ey. Du brauchst wie viel? 15, 16 Prozent? Ich brauche 18 Prozent. Wir brauchen 20 Kids und Win. Das ist bei dieser Lobby eigentlich so fast unmöglich. Alter, Alter, Alter. Da ist denn welche oben? Hier. Nummer 10. Einer geht ziplinen runter, einer ziplinen unten. Ah, ist der Bot. Ich hab den noch mal 110. Ich glaub, der ist Solo. Ich hab movement bei mir. Ich hab movement. Ich hab movement. Ich wurde halt schon sniped. Ja, gar nicht im Ernst. Krieg ich dich der noch? Ja, ein Busch, ein Busch. Oder kommen die? Ne, die ziehen durch. Keine Ahnung, was die machen. Sieh durch, ich sag Bescheid. Die laufen oben lang. Die schmeißen Bunker. Hä, sind die dumm? Wenn er auf dich piekt, dann snipe ich ihn. Einer ist bei meinem Loot. Echt jetzt? Hab ihn Crack, hab ihn down. Hä, what the f***? Hab einen gesniped? Wo hast du dich gesniped? Da oben drin, da oben drin. Hast du Festung? Ja. Oh mein Gott. Mach mit's, mach mit's. Ja. Ich hab meine Festung voll über mich geworfen. Wir könnten drauf, wenn du willst. Bro, die sind genau über uns. Hat dich über Arsch. Ja. Oh mein Gott. Wo bist du hin? Ich bin hinterm Baum. Oh mein Gott. Oh, du hast meinen Baum gekillt. Lastzone. Ich bin relativ low. Oh, dieser kack Watt, Bro. Ich hab mein Medkit liegen gelassen. Scheiße, Digga. Die sind aber kacke, Bro. Ja, die sind echt Arsch. Ich hab nur Snipe und Pump halt, ne? Wir müssen halt Moven jetzt. Noch Minis. Ja, ist. Die verschwenden so viele Bunker. Ich geh nicht in der Stadt am Automaten. Soll ich Medkits kaufen? Mach ruhig. Also, wenn wir die Runde gewinnen, kann es sein, dass wir es noch haben. Wir brauchen halt noch Kills, ne? Vorne ist ein Busch. Da so hin. Oh, einer Snipe oben. 910. Ist ja kacke. Kleine Schweinchen. Kriegst du nochmal? Okay. Ich schwöre, wenn du Hedger kassierst, ne? Ich lass dich liegen. Ich hab's jetzt gesagt. Und schon gehst du runter. Okay. Sorry, Mann. Ich Snipe doch gar nicht mehr. Ist doch mal ein Line, Bro. Links, links, wofen welche? Und erzähl nochmal? Links, wofen welche? Ja? Was ist denn dein Baum, ne? Wollen wir move'n? Wollen wir move'n? Ruin? Willst du? Ja, ja. Bin in den Ruin oben drin? Wir haben Zone. Vor uns ist jemand. Im Bunker mit der Auto. Warte, ich bin auf dem Dach oben. Kann ich vielleicht snipen? Ich bin auf dem Baum oben. Headshot, snipe einer. In der Festung? Ne, Mann. 110. Oh mein Gott! Holy shit! Festung, 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 Festung. Lass die pushen. Ja, ja. Ich bin dabei. Hedger snipen. Oh, ich snipe die so weg, alter. Tickt auf was, Junge? Hedger snipen. Nice. Ja, ja. Ach, Junge. Let's go. Hast du die Festung dabei? Ja, ich hab vier Festungen, ja. Und hier oben eine Place. Das wär glaub ich ganz geil. Wir müssten win-win fixen. Wir müssten safe da spielen hier. Links kommt, links kommt. Schau mal. Hinter dem Baum. Das ist der Griffel 40. Der ist du wieder, der ist one. Der kann die holen. Ach, Digga, die AR. Warum gehen die alle da hin? Wir müssen nach rechts. Ja, lass müssen hin, lass müssen hin. Okay. Die sind alle glaub ich da. Wir haben hier unsere noch, unsere Festung hier vorne. Ja. Der Baumstein? Kann man den Karpf put machen? Weiß ich nicht. Lass hintergehen. Versuch's. Wollt ihr pushen? Ja, ja. Wir pushen den rechts beim Stein. Ja, okay. Let's go. What? Oh, ich hab ihn gesniped. Ja. Du hast Festung, du hast Festung. Du kannst die glaub ich nicht, oder? Doch, ich zieh durch. Du musst direkt rein mit Movement. Nice. Lass in Zone gehen. Wenn's geht. Hier, komm in den Bunker, Maxi. Komm mal. Ich hab's kurz. Ich hab's kurz. Ich hab's kurz. Hast du mit, geht nicht, ne? Ne. Hinter uns kommt jemand. Hier. Die lasert. Pushen High Ground. Hab der einen Crack. War misst einer, war misst einer. Ja. Komm mal. Ja, okay. Die müssen zu uns, die müssen zu uns. Lass den unseren Bunker. Bei mir, bei mir, bei mir. Der ist da alleine doch. Gehst du runter? 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 Von oben? Ich bin weggegangen. Ich hab noch einen Bunker übrig. Ich bleib' ein roter Fuß. Lass uns nach hinten. Lass uns nach hinten. Lass uns nach unten. Lass uns nach unten. Lass uns nach unten. Lass uns nach unten. Soll ich Bunker schmeißen? Hab ein Headshot-Snipe. Schön. Noch einer. Im Bunker. Ist der letzte. 26. Ich schmeiß uns im Bunker. Mach. Ich werd gesniped. Ich hab Pitta. Hab gute Hits. Boah, ich hab ihn noch mal 70 weit. Kriegst du. Let's go. Yes. Holy shit, Digga. Was ne Runde, Junge. Bitte sag mir, es war upranked. Bitte. Bitte endlich, Andrew. Bitte, bitte, bitte. Bro, das war ne kranke Runde. So viele Snipes, Alter. Ja, man. 17 Kills. Und? Nein! 2%! Nein! Bro, ich heile. Fix. Ich glaube, es kommen sehr viele mit gerade. Ich hoffe, du stirbst nicht, weil du brauchst nur noch 2%, Junge. Bro, es ist die finale Runde. Wir brauchen noch 2% für meinen Uprank. 2%. Bitte, Alter. Die fliegen vorbei. Wir gehen in den Underground, glaube ich. Wir werden dir unten so shitten, ne? Ja, ich werd dich so auseinandernehmen. Ich brauch wieder ne Snipe, Alter. Die Runde davor hab ich so krank gesnipet, ne? Ja, holen wir dir. Oh, die sind am fighten im Underground. Wenn du schnell bist, können wir uns einmischen. Sag, wenn du ungefähr pusht, okay? Ich steppe ihn hier links irgendwo. Warte, 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 warte. Ich mach noch Biggie. Ich mach auf. Ich weiß nicht, ob die rausgehen. Einer's cracked links in der Ecke, einer's cracked links in der Ecke. Soll ich den pushen? Ja, ich pushe, ich pushe. Push du den, ich pushe den anderen von dir. Hab ihn, hab ihn. Ja. Crack. Oh! Macher. Wichtig, Junge. Wollen wir direkt Kills pushen? Ja, ja, wir pushen. Wir wollen die Prozent, aber wenn wir sie wollen, dann wollen wir sie auch richtig. Let's go, Alter. Wir holen das hier. Wo seid ihr kleinen Kekos? Ich bin ready mit Auto. Okay, wir hatten auf jeden Fall ein Movement-Item, ne? Hm. Ich komm jetzt, Felix. Movement-Item relativ close. Ja, ich komme. Das ist hier vorne und dann gehen wir fancy, dann pushen wir rein. Ja, wir holen aber noch das hier. Ja, wir holen beides schnell. Ich krieg das erste. Okay. Oh mein Gott. Geil, 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 Junge. Links. Hier seh ich jemanden. Oh ja. Der hat uns auch gesehen. Ich steig aus. Ich bin auch ausgestiegen. Die gucken beide auf mich. Seid mit dem Switch. Nice. Let's go. Abfahrt. Let's go. Wir holen das. Oh, Fencing. Fencing ist auf jeden Fall am Moven. Die müssen wir holen. Die holen wir. 4K jetzt haben wir. Und die machen Tresor auf, die machen Tresor auf. Ja. Oh, ich seh die von hier. Hast du Sniper? Ja, ne? Ich hab Sniper, ja. Da ist im Tresor rein. Ich geh aber hier überseite gerade. Hab einen Crack. Hab einen Knock, hab einen Knock. Der andere ist im Tresor. Im Tresor. Hab ihn einmal abgesnipet. Ich komm mit. Shit on. Jungs, verpiss dich. Raus, raus, raus. Raus mit euch. Raus der Lobby. Raus. Das haben wir so gut geholt, ne? Ja, man. I am ready. Peter Griffin müsste aus der Zone kommen. Alright, fangen wir ihn ab, ja? Mhm. Guten Morgen. Die nehmen wir mal nicht eine Waffe mit. Die spüren wir nicht. Nee, nee, die ist kacke. Hello. Moinsen. Die kommen irgendwo hier. Okay, ja, ja, ja. Boah, Peter. Da vorne fliegen sie, Digga. Ja. Soll ich drüber die Brücke fahren? Naja, mach ruhig. Die sind stuck, glaube ich. Ich snipe ihn weg. Oh ja, die fighten, die fighten. 105. Nice. Oben. Oh. Let's go. Bro. Snatch und Snipes, Junge. So, weiter geht's. Acht Kills. Die schmecken, ey. Hier ist noch eine Münze. Wollen wir nächste Münze pushen? Ey, wir müssten unbedingt mal... Ja. Ähm. Halber hier oben lang. Ja. Was müssen wir unbedingt? Wir müssen unbedingt mal Zero-Bild-Tunity zusammenspielen. Ich glaub, wir würden so zerfetzen alles. Ja, Mann. Ich hab richtig Bock. Lasst einen Like da, wenn ihr sowas sehen wollt. Unbedingt. Dann überlege ich's mir mal, ob ich mit dir einspiele. Oh Mann, wie nett. Weil ich hab eigentlich einen krassen Duo, mate. Kennst du Mongral? Kenn ich nicht. Das ist mein Mate. Oh, die sind sehr close. Oh, die sind sehr close. Ich bremse die, ich bremse die. Nice. Hast du, hast du, hast du. Let's go. Oho. Lecker Schmecker. Ich hab alles getankt. Die haben zu zweit auf mich nur geschossen. Kann das sein? Na, weil du im Auto sitzen geblieben bist. Ja. Hast du dir gedacht so, ja komm, Fenster gegen Fenster, oder? Ja, genau das hab ich mir gedacht. Egal, easy. Ich hab jetzt meine zwei Biggies hier im Auto und dann nimm ich mir direkt Biggies wieder mit. Hat ja alles funktioniert, wie ich es wollte, ne? Super klasse. Du konntest ja so auf dich auch schießen. Ja. Links. Hier, hier vor uns, direkt. Auf dem Haus, auf dem Haus, auf dem Haus, auf dem Haus. Ab bei dir direkt. Wohl den anderen. Der ist one shot. Hab einen noch, nur noch der beim Haus. Oder zwei. Hab meinen. Ich bin hinten. Da ist noch einer, auf dem Dach. Ja. Oh, mein Aim ist komplett daneben. Der pusht dich. Ich bin halt sehr low. Hab ihn crack. Hab ihn gesniped. Oh, nice one. Let's go. Da liegt noch einer. Hier, der carried ihn. Der carried seinen 8. Push mit mir. Komm mal. Der zieht durch. Hab ihn. Boah. Sehr geil. 14 Kits, Alter. Wollen wir ihr Ding? Wollen wir tauschen? Geht klasse. Ne Waffe. Du brauchst die doch, weißt du, damit du ein Up-Rank machst. Ich bin ja schon Up-Rank. Ja, damit ich mal ein Paket mache. Du, du. Hallo. Will jemand mitfahren? Hier ist Jim Knopf. Das ist so dumm, Feli, dass die eine Medaille mitgenommen haben. Das sind zwei Leckerlis. Die haben die Medaille liegen lassen. Die lassen die Medaille einfach liegen? Ja. Ja, ja. Ich wollte alle fünf Medaillen haben, weißt du. Ja, ich auch. Die kommen. Die kommen. Die kommen immer näher. Oh ja. Ich bin hinterm Baum und Bad. Ja, ich seh ihn. Genau, genau vor uns. Ja. Bist du? Bin bereit für Snipe. 1, 2, 1. Oh mein Gott. 250.000. Sein Med im Auto? Der klaut uns ein G-Wagon, Alter. Nein, nein. Unser Stitti noch. Der wird einfach weggemolken jetzt. Boah, ich mach einfach sein Auto kaputt. Okay, nix. Der wird kaputt gehen. Ja, er ist crack auf jeden Fall schon mal. Der denkt auch, er kann denn kommen. Tja. Nicht mit uns. Nicht mit uns, mein Bester. War ein bisschen rechts. Geh klasse, wir vorne. Hahaha, er fährt gegen Stein. Boah, der ist so sauer. Ich hab mythisches Sturmgewehr. Ohhhh. Ohhhh. Der arme Hit on. Holy shit. Rechts. Movement? Movement hier? Ja. Hab ihn noch? Ja, wie ich den gelasert hab. Hier ist jemand close? Ja. Zwei Leute? Oh mein Gott. Digga, die schießen beide auf mich. Beide auf one. Wirklich one? Ja, der eine ist auf jeden Fall one. Der link von mir. Oh, hab sie. Oh mein Gott, sorry. Hast du überhaupt irgendjemand getroffen? Ne, Mann. Die hab ich gelasert. Ich hab kurz taktischen Rückzieher gemacht. Ach so. Und dann haben die dich gelasert in der Zeit. Cool. Korrekt, Digga. Ja. War gut, oder? Ich dachte mir, du lässt den einen nicht den anderen. So, auf einmal gucken beide auf mich. Hä? Was ist denn jetzt los? Ganz oben ist ein Bunker. Da läuft einer. 100. Weit. Nice. Sehr geil. Das war eigentlich nicht. Ne, ich hab's auch nicht geholt. Ich hab gedacht, du warst das. Ah, warte. Rechts unten. Craig, one shot. Ja. Hab ihn. Ich will den oben, ja? Ja. Wollen wir spitzhacken? Ist das der letzte? Der ist der letzte. Ja, ist der letzte. Hallo. Maxi ist unreal. Komm, zerfetzt ihn. Bro, ich bin low, ich bin low, ich bin low, ich bin low. Zerfetzt ihn. Ja. 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 Bro, no way, dass wir so ein Upbreak geholt haben mit Spitzhacke auch noch. Ich kann nicht mehr. Woo. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Und Upbreak. Woo. Let's go. Unreal. Let's go. So, okay, Leute. Das war's mit Road to Unreal. Bei Zero Bits zusammen mit Pfix. Jesus. Das war wieder eine Reise. Komplett lang, das Video. Ja, aber egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Daumen nach oben, Abo da. Und schaut doch gerne mal fix vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ich glaube, wir werden es auch in der nächsten Season wieder machen, falls ihr es nochmal sehen wollt. Oder? Ja. Ja. Alright. Bis dann. Und tschau.